In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie ihr Berechtigungen von Datenmodellen am besten testen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wie eingangs erwähnt, möchte ich euch nun zwei Wege vorstellen, um die Berechtigungen in euren Datenmodellen zu testen. Es kann unter Umständen die Situation entstehen, dass bei einem Projekt oder bei einem Kunden viele bzw. hunderte Benutzer für ein Datenmodell freigeschalten sind und diese auch unterschiedliche Berechtigungen besitzen. Da kann es praktischerweise bei über 500 Mitarbeitern zu Rückfragen kommen, weshalb sie keine Daten, falsche Daten oder zu wenig Daten sehen. Ich bediene mich nun mit folgenden technischen Hilfsmitteln. Variante Nummer 1. In diesem Fall sehe ich, dass ich in dem AdventureWorks Datenmodell drei Rollen definiert habe. Ein Blick auf die jeweilige Rolle gibt mir an, welche User freigeschalten sind. Das sehe ich in der Membership. In den Raw Filters sehe ich nun, auf welche Dimensionen diese berechtigt bzw. freigeschalten sind und kann somit schon feststellen, dass die genannten oder die angegebenen User in der Membership nur die Bereiche Country, Region, Code gleich US freigeschalten sind. Bei den Sales Manager sehe ich, dass kein User freigeschalten ist und hier auch keine Berechtigung hinterlegt ist bzw. keine Einschränkung. Nun kann ich im Microsoft Analysis Service mit einem Rechtsklick auf Browse Auswertungen im Management Studio an diesem Datenmodell vornehmen. Dort gibt es die Möglichkeit Change User. Wenn ich auf dieses Menü klicke, habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann das Datenmodell als Current User mit dem aktuellen User auswerten oder Möglichkeit Nummer 2 als Other User und gebe darin meinen beliebigen User an und kann mit OK dann auf Basis dessen User auswertungen mir Auswertungen von diesem Modell ansehen. Ich kann auch weiters einzelne Rollen überprüfen bzw. auswerten. Wähle ich nun die Internet Sales US, so erhalte ich nun die Berechtigung dieser Rolle und kann nun die Internet Total Sales und die Geography auswerten und sehe, dass ich nur für die United States Werte bekomme. Ich kann aber auch natürlich für eine x-beliebige Rolle oder auch Kombinationen Auswertungen an diesem Datenmodell vornehmen. Diese beschriebene Vorgehensweise ist einer meiner Lieblingsvarianten. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass auf Basis der Datenmodelle weitere Excel-Dateien basieren und diese durchaus komplex sein können und somit auch Möglichkeiten bieten, dass es dort falsche Konfigurationen oder auch falsche Filter eingestellt sind und es nicht an der Berechtigungsrolle liegt. Um das zu überprüfen, bietet sich im Microsoft Excel die Möglichkeit an, im Bereich Daten auf Abfragen und Verbindungen die Eigenschaften zu eröffnen und kann darin in die Definitionen in den Verbindungszeichenfolge, auch Connection String genannt, folgenden Befehl einfügen. Und dann effektiv Username ist gleich zwei Hochkomma und gebe dann den jeweiligen User an, mit dem ich die Auswertung bzw. die Abfrage auf das Datenmodell ausführen möchte. Ich bestätige mit OK und kann dann anschließend die Auswertung auf diesem Modell unter diesem User mir anzeigen lassen. Wie ihr seht, bieten sich diese zwei Möglichkeiten in relativ einfach und kurzer Testweise an, um Berechtigungen an Datenmodellen zu testen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.